Jetzt ist es soweit. Es ist der letzte Auftritt von Herzogin Kate mit Babykugel. Zwischen Mitte und Ende April soll es endlich soweit sein. Doch vor ihrer Babypause nimmt sich die 33-Jährige noch einmal Zeit für drei weitere Termine, die alle am Freitag, den 27. März stattfinden. Und genau auf so einem Termin befinden wir uns hier gerade. An der Seite von Prinz William besucht die Herzogin am Vormittag das Stephen Lawrence Center in Südlondon, welches sich für die Entwicklungschancen von Jugendlichen und gegen Diskriminierung einsetzt. Ganz nach dem Motto Pretty in Pink legte die hübsche Brünette einen glanzvollen letzten Auftritt hin. Anders sind wir es von ihr ja sowieso nicht gewohnt. Uns bleibt an dieser Stelle nur noch eines zu sagen. Alles Gute für die kommenden Tage und besonders natürlich für die Geburt.